Heute sprechen wir über spekulative Exzesse an den Aktienmärkten und die sind definitiv nicht gesund. Auch auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen Ihre gute Karnevals-, Fastnachts- oder Faschings- Laune, Verderbe. Also legen wir los. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der heutige Titel lautet zu schön um wahr zu sein oder doch Fastenzeiten nach dem Karneval? Wir haben Faschingsdienstag, den 13. Februar. Der DAX macht das, was er seit Wochen macht. Er hält sich in der Nähe von 17.000 Punkten auf. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, legen wir los. Der S&P 500 steht bei 5.000 Punkten. Der Nasdaq 100 steht bei 18.000 Punkten. Der Nikkei-Index steht bei 38.000 Punkten. Bitcoin steht bei 50.000 Dollar. Also heile Welt. Schauen wir es uns an. Wir beginnen mit der aktuellen Situation im DAX. Der DAX klebt unverändert seit Wochen. Also seit etwa drei Wochen in einer ganz, ganz geringen Schwankungsbreite in der Nähe und meistens unterhalb der Marke von 17.000 Punkten. Zahlreiche Versuche, die Marke bisher zu überwinden, sind gescheitert. Das macht sich dann auch in einer relativ ruhigen oder mauen Performance für dieses Jahr klar, deutlich aus. Performance momentan 1, Prozent. Ja. Der DAX ist günstig bewertet. Kursgewinnverhältnis dieses Jahr 12, nächstes Jahr 11, übernächstes Jahr 10, wenn die Gewinnschätzungen stimmen. Dividendenrendite ist auch nicht schlecht. Dieses Jahr 3,4, nächstes Jahr 3,7 und übernächstes Jahr etwa mit diesen Kursen 4 Prozent. Aber, wenn wir uns das anschauen, es bleibt dabei, solange die Marke von 17.000 nicht nachhaltig überwunden werden kann, bleibt es einfach neutral und wir hinkern speziell den amerikanischen Märkten und dort ganz speziell den Technologiemärkten etwas hinterher. So viel zum DAX, unser erster Punkt. Unser zweiter Punkt. Wie sieht denn die aktuelle Situation am Schweizer Markt aus? Im Swiss Leader Index, im SLI. Und da hatten wir in den letzten Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass der SLI daran arbeitet, die wichtige Marke von 1.800 Punkten zu überwinden. Und er arbeitet immer noch. Er hatte sie vor einer Woche mal um 30, 40, 50 Punkte überwunden. Wir sind momentan 1.803, also leicht drüber. Wir sind permanent leicht drüber, aber wir können uns noch nicht absetzen. Aber insofern, und das ist der Unterschied zum DAX, der fast die ganze Zeit unterhalb seiner wichtigen Marke notiert, notiert zumindest der Schweizer Aktienmarkt immer etwas oberhalb. Aber auch die zahlreichen Versuche in den letzten Wochen, diese Marke von 1.800 Punkten nachhaltig zu überwinden, das hat er auch noch nicht geschafft. Insofern auch hier die Performance für das laufende Jahr 1,5%. Wie sieht er von der Bewertung aus der Schweizer Aktienmarkt? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja, und hier bekommen wir andere Zahlen als beim DAX, also nicht 12, 11, 10 für dieses und die nächsten Jahre, sondern Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19, 17, 15. Also Schweizer Markt tendenziell sowieso höher bewertet. Aber auch hier, und da muss man sagen, das macht Ihnen insofern gerade im Vergleich zum Rentenmarkt nochmal interessanter, die Dividendenrendite. Die liegt für dieses Jahr bei 3%, für nächstes Jahr dann etwa 3,3, übernächstes Jahr 3,4. Also eine gute 3 und das ist insofern relativ im Verhältnis zum Rentenmarkt besser als bei uns, weil das Zinsniveau in der Schweiz niedriger ist als bei uns in der Eurozone. Aber auch hier gilt, ähnliches wie beim DAX, solange es der SLA nicht schafft, die Marke von 1.800 Punkten jetzt nachhaltig zu überwinden, bleibt es momentan dabei kurzfristig neutral. Und wenn ich von spekulativen Exzessen an den Aktienmärkten rede, dann schauen wir doch in unserem dritten Punkt auf das aktuelle Sentiment, also das Anlegerverhalten. Und hier kann ich nur die eine Überschrift nennen. Euphorie und Gier herrscht aktuell. Wir beginnen wie häufig mit dem CNN Fear and Greed Index, dem Gier- und Angstindex oder Angst- und Gierindex, um korrekt zu sein, aus den USA, also das Beispiel für den amerikanischen Aktienmarkt. Wo steht dieser Index? Auf einer Skala von 0 bis 100 sind wir aktuell bei 78 Punkten. Das bedeutet, wir haben die Zone der extremen Gier erreicht. Das ist nicht gesund. Wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen, wo lagen so die Spitzenwerte dieser extremen Gier, weil die 100 wird tendenziell doch nicht erreicht. Die letzten Jahre waren es etwa immer wieder so bei 82, 83. Das waren so die Höhepunkte der extremen Gier. Und da muss ich Ihnen sagen, mit aktuell 78 Punkten sind wir da nicht weit weg davon. Bedeutet für mich, sentimentechnisch wird die Luft an den Aktienmärkten langsam dünn. Und wir bleiben beim Sentiment und wechseln vom Fear and Greed Index auch in den USA zum Bull Index. Die wöchentliche Umfrage unter den Anlegern in den USA, die AAII Bull Umfrage. Und die zeigt uns, wir haben momentan 49 Prozent Bullen, also knapp 50 Prozent Bullen. Auch hier ist die Zone der Euphorie, der extremen Gier erreicht. In den letzten Jahren lagen die Spitzenwerte für die Bullis der Anleger ja in dem Bereich so um die 50 bis 56 Prozent. Wir haben jetzt die knapp 50. Auch hier nähern wir uns den absoluten Spitzenwerten, bedeutet auch hier bei dieser Umfrage für mich, aus sentimentechnischen Betrachtungsgründen, die Luft an den Aktienmärkten wird dünner oder dünn. Und wenn wir dabei bleiben beim Sentiment, schauen wir doch auf das Analysehaus Sentix. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen kennt, ist ein deutsches Analysehaus, dass die Kapitalmärkte eben auch unter dem Hinblick der Verhaltensanalyse der Anleger bewertet, beurteilt, analysiert. Also unter der Behavioral Finance. Und auch Sentix gibt wöchentlich Signale, wenn Signale da sind, für die Märkte heraus. Und was fällt momentan auf? Speziell für die amerikanischen Aktienmärkte, also den S&P 500 und den Nasdaq 100, bekommen wir von vier möglichen Warnsignalen zur Zeit zwei Warnsignale angezeigt. Also auch hier hat man das Gefühl, dass die Luft und diese Euphorie das Ganze langsam dünner werden lässt. Umgekehrt, es gibt auch Feile, grüne Feile nach oben, die gelten momentan eher als Chance für den chinesischen Markt, darauf komme ich nachher nochmal, darüber hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen, und für die Rentenmärkte. Aber speziell kurzfristig für die Aktienmärkte unter sentimentechnischen Gründen eher Warnlampen. Und wenn ich über spekulative Exzesse spreche, schauen wir uns doch das Thema der Technologieaktien in den USA noch einmal an. Und hier habe ich Ihnen einige Beispiele mitgebracht. Ohne auf die einzelnen jetzt genannten Firmen groß einzugehen, es zeigt einfach nur, was für ein Kursverhalten wir momentan haben, was da an diesem Markt momentan passiert. Unser erstes Beispiel unter Punkt 4. Supermicrocomputer hat seit Mitte Januar, das ist jetzt seit vier Wochen, in der Spitze gestern mit den Höchstkursen, 165 Prozent Kurszuwachs zugelegt. Natürlich hat die Firma ein dynamisches Gewinnwachstum, dieses Jahr angeblich plus 83 Prozent, für nächstes Jahr werden nochmal 30 Prozent erwartet, übernächstes Jahr nochmal 16. Also dynamisches Wachstum, aber 165 Prozent Kurssteigerung ist die Frage, ob das in diesem Ausmaß so gerechtfertigt ist. Wie sieht die Aktie bewertet aus? Wenn man auf die Kursgewinnverhältnisse, für die Supermicrocomputer schaut, das geht sogar noch. Für dieses Jahr 35, für nächstes Jahr 27 und wenn die Gewinnschätzungen alle so eintreffen, übernächstes Jahr 24. Die Firma ist an der Börse mit diesen Kursen momentan 43 Milliarden wert. Das heißt, sie war vor wenigen Wochen, vor einem Monat noch nicht einmal 20 Milliarden wert, mehr als verdoppelt. Ja, ist schon krass. Bewertung geht noch. Ich zeige Ihnen gleich noch ganz andere Beispiele. Achso, nee, wir bleiben, Entschuldigung, wir bleiben bei Supermicrocomputer und gucken uns einfach die letzten fünf Jahre an und da muss man sagen, das, was hier gerade momentan passiert, diese plus 165 Prozent in den letzten vier Wochen, das sieht in dem Fünfjahreschart einfach wie eine senkrechte Rakete aus, nach dem Motto, der Himmel ist das Ziel. Also, ob das alles so gesund ist, ich wage es definitiv zu bezweifeln. Unser zweites Beispiel, Palantir. In einer Woche, also genauer gesagt in den letzten drei Handelstagen, plus 60 Prozent im Kurs. Auch hier rechnen die Analysten mit einem zweistelligen Gewinnwachstum. Dieses Jahr plus 28 Prozent, nächstes Jahr noch mal knapp 20 Prozent, übernächstes Jahr 26 Prozent. Also dynamische Gewinnzuwächse, das schaut gut aus. Wie ist die Aktie denn bewertet auf dem aktuellen Niveau? Ja, jetzt wird schon ein bisschen sportlicher. Die Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr, nette 75. Nächstes Jahr 64, übernächstes Jahr 51. Also für Gewinne, für erwartete Gewinne, die Ende 2026 erreicht werden sollen, also eigentlich in knapp drei Jahren zahle ich heute schon ein 51er KGV. Sportlich. So, die Firma ist an der Börse momentan in den USA mit 53 Milliarden bewertet. Und seit dem Börsengang, muss man sagen, extreme Schwankungen bei Palantir. Hatte einen erfolgreichen Börsengang im Jahr 2020, der sie von Kursen, schauen wir mal, etwa von 8 Dollar bis über 40 Dollar gebracht hat. Aber danach ging es wieder runter bis 6 Dollar Ende 2022. Und jetzt von den 6 Dollar sind wir bei jetzt momentan wieder 24. Also extreme Schwankungen, wenn man sich die gesamte Börsenhistorie anschaut, seit dem Börsengang jetzt nicht unbedingt beeindruckend. Aber momentan auch die Aktie springt gen Norden und zwar sehr dynamisch. So, und jetzt kommen wir langsam zu dem absoluten High-Flyer. Wir kommen zu Arm-Holdings, ein Chip-Designer. Börsengang letztes Jahr im September. Gefühlt ein relativ ruhiges Kursgeschehen von September bis letzte Woche. Und was ist jetzt seit drei Tagen passiert? Also die Aktie war bei etwa 78 Dollar letzte Woche. Jetzt waren wir in der Spitze bei gestern über 160 Dollar. Das heißt, wir haben jetzt auch hier plus 100 Prozent in drei Tagen. Auch hier wird ein sehr dynamisches Gewinnwachstum erwartet. Ja, plus 83 Prozent in diesem Jahr, plus 26 und plus 26 im 2025 und 26. Ja, sieht gut aus. Aber auch hier ist die Frage, was zahle ich denn für diese erwarteten Gewinne oder diese erwarteten Gewinnsteigerungen? Da kann ich nur sagen, hier wird so langsam der Vogel abgeschossen. Das Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr, jetzt wird es dreistellig, 112. Für nächstes Jahr 89 und für Ende übernächstes Jahr ein Kursgewinnverhältnis von 70. Ja, die Firma ist jetzt durch die Kursanstiege an der Börse mit 138 Milliarden Dollar bewertet. Also mir geht es gar nicht darum, hier irgendwelche Dinge schlecht zu reden oder etwas in Zweifel zu ziehen. Nein, wir sehen dort im Bereich der Technologie und im Bereich gerade alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, ja, dynamisches Wachstum. Die Frage ist einfach nur, welchen Preis bin ich als Anleger bereit dafür zu zahlen? Und ich habe das Gefühl, durch das, was speziell in den letzten ein, zwei Wochen an den Märkten passiert, plus das, was uns das Sentiment über verschiedene Dinge angezeigt hat und die Warnlampen angeht, das ist definitiv nicht gesund. Das sind spekulative Exzesse und davor kann ich auch nur warnen. Deswegen, ich wollte Ihnen nicht die Laune jetzt am Faschingsdienstag verderben. So, und kommen wir zu dem noch solidesten Beispiel, kommen wir zu Nvidia. Nvidia hatten wir Ihnen, wenn Sie sich noch daran erinnern, vor einigen Wochen bei einem Kurs von, ja, 500 Dollar mit einem Kaufsignal genannt. Wir sind inzwischen bei über 700 Dollar angekommen. Das heißt, der Kurs hat, also im Vergleich zu den anderen Titeln der zweiten Reihe, harmlose 45 Prozent in einem Monat zugelegt. Aber auch hier sollten wir trotz aller Gewinndynamik einmal auf die Bewertung schauen. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei Nvidia inzwischen für dieses Jahr bei stattlichen 58, für nächstes Jahr bei 35 und für übernächstes Jahr jetzt schon bei 30. Auch das ist nicht mehr so attraktiv wie die Kursgewinnverhältnisse, die ich Ihnen eben vor einigen Wochen beim Kurs von 500 genannt hatte. Der Börsenwert, die Marktkapitalisierung von Nvidia hat in diesen vier Wochen von damals, also damals heißt Januar, 1,2 Billionen Dollar auf aktuell 1,8 Billionen Dollar zugelegt. Das ist ein Wertzuwachs von 600 Milliarden US-Dollar. Allein dieser Wertzuwachs in den vier Wochen ist mehr wert als jede europäische Aktie, die wir haben. Auch da kann man langsam sich darüber Gedanken machen, ob hier der vernünftige Rahmen vielleicht verlassen wird. So, das waren meine Beispiele unter Punkt 4 zu den spekulativen Exzessen, die momentan stattfinden. Und mein Fazit bleibt, das ist definitiv nicht gesund. Punkt 5, um noch mehr Wasser in den Wein zu kippen, zum Thema Saisonalität. Also für den, der gerne auf die Statistik schaut, sich statistische Auswertungen mit den Börsengeschehen anschaut. Die Saisonalität des Aktienmarktes USA. So, eine Auswertung von Goldman Sachs mit einer Datenreihe auf den S&P 500, die bis in das Jahr 1928 zurückgeht. Was ist hier untersucht worden? Es sind einfach zwei Wochen Performance-Zeiträume untersucht worden und geschaut, wann entwickeln sich denn dann in welchen Phasen die Märkte besonders gut oder eher schwierig oder schlecht. Und wir wissen ja, dass tendenziell das Winterhalbjahr das Bessere ist. Wir wissen auch, dass die Monate September, Oktober eher die schwierigen sind und die schlechteren. Aber das Verblüffende ist, wenn wir uns den Monat Februar anschauen. In der Summe relativ unauffällig, aber das Verblüffende im Februar ist, dass wir in der ersten Februarhälfte eine ganz gute positive Performance in der Regel erwarten können. Und jetzt kommt es aber, und das ist nämlich das Spannende, wir haben immerhin heute den 13. Februar. Das heißt, übermorgen beginnt die zweite Februarhälfte. Die zweite Februarhälfte, also ab Mitte Februar bis Monatsende, ist statistisch betrachtet für den S&P 500 die schlechteste Phase des Jahres. Ob das jetzt auch so kommt, das weiß ich nicht. Aber es ist insofern bemerkenswert und aussagekräftig, dass man das scheinbar das Gefühl haben kann, so die schöne Phase, die gute Laune hält bis Mitte Februar etwa an. Und dann wird es zumindest, um es mal vorsichtig auszudrucken, etwas schwieriger. Also auf jeden Fall sind diese zwei Wochen, die ab jetzt, ab dieser Woche dann beginnen, statistisch sogar schlechter als die schlimmen Phasen im September und Oktober. Das nur als Hinweis und damit wären wir eben auch bei unserem Titel heute. Zu schön, um wahr zu sein, das Ganze. Oder kommt doch die Fastenzeit jetzt nach dem Karneval? Das nur als Hinweis plus die spekulativen Exzesse plus das Sentiment, das Euphorie und Gär anzeigt, ist in der Summe nicht das Gewicht, was mich kurzfristig extrem optimistisch zumindest für diesen Bereich werden lässt. Das nur dazu. Kommen wir zum Abschluss unter Punkt 6 zu unserem Index der Woche. Und wir haben letzte Woche uns schon relativ ausführlich mit dem chinesischen Aktienmarkt beschäftigt. Ich hatte den Hang Seng Index mitgebracht. Wir sprachen über die Besonderheiten des chinesischen Aktienmarktes, über die katastrophale Kursentwicklung der letzten Jahre und dass wir im chinesischen Aktienmarkt aktuell eher eine antizyklische Chance sehen. So, schauen wir uns doch den Index der Woche, den CSI 300 an. Das ist ein anderer chinesischer Aktienindex. Während der Hang Seng Index die 82 in Hongkong notierten chinesischen Aktien beinhaltet, die auch die großen Titel enthält, hat der CSI 300 eher die chinesischen Festlandaktien, die A-Aktien. So, und dann schauen wir uns doch mal auf der kurzfristigen Ebene an. Wie sieht denn der aus? Weil wir hatten ja auch letzte Woche das ganze technisch im Hang Seng Index betrachtet und hier fällt vor allem eines auf. Wir hatten jetzt letzte Woche nochmal Anfang Februar im kurzfristigen Verlauf nochmal ein neues Tief gemacht. Das bestätigt auch nur, dass auch hier im CSI 300 wir nach wie vor von einem intakten Abwärtstrend reden müssen. Der Index notierte bis vor zwei Tagen unterhalb aller Durchschnittslinien. Also von der 200-Tage-Linie ist er auch noch meilenweit entfernt. Aber wir schauen uns ja immer die kurzfristige, die mittelfristige und die langfristige Linie an. 38 Tage, 100 Tage, 200 Tage. Und das Verblüffende, was wir jetzt in den letzten zwei Tagen gesehen haben, ist, dass er es zum ersten Mal geschafft hat, durch die Kursanstiege aus den letzten zwei, drei Tagen, erstens das Hoch von vor einer Woche leicht zu überbieten. Also wir sehen zum ersten Mal ein höheres Hoch, was gut ist, denn bisher hatten wir immer tiefere Hochs im Sinne des Abwärtstrends. Und der Index hat es in den letzten zwei Tagen auch jetzt zum allerersten Mal geschafft, eben die 38-Tageslinie zu überwinden. Das heißt, auch hier sehen wir definitiv erste Hoffnungsschimmer. Und insofern, wenn wir noch das anschauen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ja, das ist ein Markt, der durch staatliche Eingriffe häufig manipuliert wird, in den letzten Jahren negativ, momentan als Unterstützung eher positiv. Scheinbar möchte die Regierung diesem katastrophalen Kursverfall nicht länger zuschauen. Also sie unternimmt definitiv Stützungsmaßnahmen. Also Leerverkäufe werden verboten. Und es geht darum, ein etwa 300 Milliarden Dollar großes, ja, Rettungspaket, Stützungsfonds zu kreieren. Also in der Summe bleibt es für uns dabei, China eher eine antizyklische Chance. Wie ist die Bewertung im CSI 300 Index? Auch eher, es bleibt günstig bewertet. Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr etwa bei 10. Wir hatten den Hang Seng Index, der lag sogar nur bei 8. Wie sieht das CSI 300 Index im größeren Zeitrahmen aus? Und das für die letzten 10 Jahre. Und hier muss ich sagen, es wird extrem spannend. Denn das CSI 300 erreicht seinen langfristigen Aufwärtstrend bei der Marke 3100. Und dieser Aufwärtstrend hat immerhin im Jahr 2016 begonnen. Also so ähnlich, wie wir letzte Woche im Hang Seng Index von einem potenziellen Doppelboden oder der Chance auf die Ausbildung eines Doppelbodens sprechen können, sehen wir hier, dass durch diese massiven Kursverluste, die auch der CSI 300 gemacht hat, nämlich von Werten von 6.000 im Jahr 2021, auf die 3.100 auch etwa halbiert. Und er erreicht eine ganz wichtige Unterstützungs- und Trendlinie. Also insofern, auch das macht für uns Chart- und Markttechnik momentan den chinesischen Aktienmarkt interessant. Im Sinne der antizyklischen Chancen. Also ganz anders als die Rekordhochs, die wir speziell in den USA sehen. Das bedeutet, und ich hoffe, ich habe mich heute ein wenig kürzer gefasst. Ich habe gesehen, letzte Woche hat es fast eine halbe Stunde gedauert. Wie sieht es aus? Zusammengefasst unser Fazit. Erstens, unsere europäischen Märkte, also den DAX oder der Schweizer Aktienmarkt, uns fehlt die Dynamik. Es bleibt kurzfristig weiter bei einem neutral. Zweitens, das Sentiment sendet definitiv Warnsignale. Wir messen Euphorie bei den Anlegern. Das geht nicht lange gut. Das bedeutet nämlich drittens, wir sehen an den Aktienmärkten, speziell bei den Technologieaktien oder eigentlich nur dort, extreme spekulative Exzesse. Ich hatte Ihnen drei, vier Beispiele genannt mit Kursgewinnen von über 100 Prozent innerhalb weniger Tage. Das ist nicht gut. Tut mir leid, das mag ich nicht und insofern stimmt mich das kurzfristig dann etwas vorsichtig. Unter Punkt vier hatten wir die Saisonalität angesprochen. Die zweite Monatshälfte des Monats Februars und in die kommen wir jetzt in zwei, drei Tagen, ist definitiv statistisch betrachtet eine schwierige Monatshälfte. Sie ist, wenn man den Zahlen glauben mag, für den S&P 500 sogar die schlechteste Monatshälfte des gesamten Jahres. Also mal schauen, ob es so kommt. Zumindest bekommen wir von der Saisonalität keine positive Unterstützung. Wir hatten als Chance den Index der Woche unter Punkt 5, den CSI 300, als zweites Beispiel für den chinesischen Aktienmarkt genannt. Letzte Woche der Hang Seng Index, heute der CSI 300. So, Chance dieses Marktes auf Bodenbildung und eine Trendwende bedeutet für uns zusammengefasst in unserer Aktienstrategie Aktienflex unter Punkt 7. Bei uns findet momentan im Portfolio ein schrittweiser Aufbau von chinesischen Aktien statt. Dazu kommt, schrittweise, peu a peu, beginnen wir mit einer Reduktion unseres Übergewichtes der Tech-Aktien in steigende Kurse hinein. Da man nie genau weiß, wie weit diese Kurse noch tragen, macht es auch keinen Sinn, einfach zu sagen, ich verkaufe jetzt, weil das kann ja theoretisch noch ein, zwei, drei Wochen so weitergehen, in diesem, ja, mit dieser Spekulationsgier und Wut, bedeutet für uns als gewählte Strategie, um unser Übergewicht in den Technologieaktien zu reduzieren, wir haben angefangen, einige der Bestände zu veroptionieren, also ein sogenanntes Covered Call Writing zu betreiben. Das bedeutet, wir wählen einen Verkaufspreis, der vom Kursniveau höher liegt als heute und zusätzlich vereinnahmen wir dazu noch eine Prämie. Bedeutet, der effektive Verkaufspreis, zu dem wir dann bereit wären, uns von unseren Aktien zu trennen, liegt deutlich höher als heute. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dass die Kurse dorthin laufen sollten, haben wir zumindest in Form der vereinnahmten Optionsprämie eine gute Zusatzrendite erzielt. Aber tendenziell beginnen wir in diese Euphorie-Phase hinein schrittweise, peu a peu und vorsichtig, dieses Übergewicht der Tech-Aktien zumindest einmal zu reduzieren. Bedeutet, Verkauf zu einem höheren Kurs als heute. Insofern bin ich gespannt, schon mit Sicht auf die nächste Woche, ob wir denn wirklich von den Kursen her die schwierigste Monatshälfte jetzt betreten und das auch in den Kursen nächste Woche sehen schon. Denn das würde bedeuten, wir müssten ein S&P wieder unter 15.000 haben. 15.000, leicht übertrieben, Verzeihung, 5000 Punkte. Wir müssten einen Nasdaq von unter 18.000 haben. Also wir werden es sehen nächste Woche. Bin ganz gespannt. Ansonsten genießen Sie noch Ihren Faschings-Dienstag. Lassen Sie sich von mir die Laune nicht verderben. Ihr Michael Winkler. Pause die SteBoatschings-Dienstag. Untertitelung des ZDF, 2020